. Desto härter der Kampf, umso süsser ist der Gewinn. Ein einzigartiger Fahrstil, perfekt auf den Zentimeter. Ein Talent, das sich in ihrer Familie bewiesen hat, zu welchem er fähig ist. Immer noch ein Beweis, dass egal wo du anfängst, nicht entscheidend, wo du öffnest. Surreale Resultate erzielen, obwohl niemand gedacht hat, dass so etwas noch möglich ist. Eine Inspiration für uns alle. Elia Epiphanio. Wir werden dich nie vergessen. Das heißt, weisen die 75%äne geben. Ich ist auf jeden Fall die 75% wysstage, auf den sie einfach nur wieder auf dem Wasser und auf dem Wasser. Und dann darf man den vient, dass sie immer wieder auf dem Wasser stellen. Und wenn sie nicht erhalten, dass sie nicht erwarten wollen, Also, das wird die 75%ig sein. Vielen Dank.